Das ist der Aussturm aus der linken Kammer, der Einsturm vom Vorhof in die Kammer. Und das A zu E-Verhältnis ist bei Ihnen physiologisch normal. Also wir haben kein Zeichen von einem Bluthochdruck bei Ihnen hier. Guten Morgen Steffen, wie geht's heute? Geht so, ich habe etwas Migräne. Ich gucke gerade mal in die Akte rein. Ja, das war Sumatriptan. Da hat man einen sehr guten Erfolg mit das Körbchen nochmal auf. Ist gut angeschlagen. Dann bis nachher, ne? Dann danke für die Lüse. Das ist eine hausärztliche internistische Praxis. Die deckt das gesamte Spektrum der allgemeinen ärztlichen Erkrankung ab. Sie können hier sehr gerne während der üblichen Öffnungszeiten kommen. Wir machen also Vormittags- und Nachmittags-Termine, aber Notfälle werden nie abgewiesen. Musik Amen. Amen.